Volleyfying haben wir heute morgen geguckt. Wir kriegen jetzt eine Boxenführung bei Grasser. Das ist ja voll exciting. Mega geil hier zu sein. Ja, also einmal richtig hinten rein. Gucken wir mal, wie es hier so aussieht. Da haben wir auch den schönen Wagen. Zickere Beine. Seht ihr dann im Video. Da habe ich gerade drin gesessen und die machen jetzt hier die Motoren an. Der geht nicht an. Oh doch. Wow. Wir dürfen jetzt Gridwalk machen. Gerade auf der Strecke. Die Autos werden hier hingeschoben. Und wir haben gleich noch ein Interview. Mal gucken. Es kommen immer Leute angeschrieben. Auto, Auto. Da müssen alle Platz machen. Ist glaube ich gerade ein bisschen stressig für die Teams, ehrlich gesagt. Aber wir gehen mal weiter gucken. Da kommt das Feld in der ersten Einführungsrunde. Zwiebeln nicht. Zwiebeln nicht? Zwiebeln nicht. Untertitelung des ZDF, 2020